Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Raft mit dem Wesley und dem Heide. Das Brücken knabbert. Was? Ab, bis, ey. Ja, du Hund. Das hat gewissen. Guck mal, das ist die Eflation. Ja, guck mal, da vorne fehlen auch schon welche, aber wir haben kein Holz, um das zu reparieren. Der hat ja überall dran schon... Echt der Sausack ist das. Okay, komm, wir müssen los. Nummer 6. Wartet. Ich bin ja gleich tot. Wer ist gleich tot? Ich muss jetzt schon mal ganz viel essen und trinken. Ich bin voll. Scheiße, jetzt sind die Bären wieder hier los. Ja, wir versuchen die... Wobei, die geben gut Essen, ne? Eigentlich schon. Und die Leder kriegen wir halt auch nicht immer, ne? Ja, wir sollten die schon machen. Mittlerweile sind sie auch relativ einfach. So, Station 6. Noch links. Zucken ist weg, genau. Was? Dein Zucken ist weg. Hier müssen wir, glaube ich, her. Boah, warte mal, was ist das denn da? Siehst du das? Willst du mich verarschen? Das ist der Oberbär, oder was? Ist das hier dieses... Dieses Todesding, was auf der Karte zu sehen ist? Kannst du bitte einmal speichern? Das ist das, warte. Äh, speichern. Wollen wir? Ja, Mann. Warte, vielleicht greifst du jetzt so nicht an. Okay! Nee, ich bin tot. Tot. Boah, der war ja richtig Schaden, Junge. Boah. Boah, ich lebe noch. Boah, ich kann den von der Ferne anhitten. Ich könnte gar nicht ausweichen. Ich schieße ihm Alts im Rücken. Ah, hallo, Chaos. Wie viel Schuss habe ich noch? Sieben. Fuck. Stirb der auch mal? Letzter Schuss. Headshot. Geronimo. Ja. So? Ja. Muss ich mich retten, ne? Nee, geht ja nicht. Ich muss spielen. Ich muss laden. Warum? Ja, wie soll ich dich denn retten? Ich war tot. Wie, du warst tot? Ich war tot. Achso, ich dachte, der Bär ist tot. Nein, ich bin gestorben. So, Weltladen. Wahnsinn. Oh, was ist das für ein Vieh, Alter. Aber man kann aus der Ferne, kann man den anhitten, Wesley. Ohne, dass er losrennt. Aber ich hatte irgendwann keine Muni mehr. Wir sollten uns erstmal zur Station hochgehen. Hat er sich da wieder hingesetzt, oder was? Ja, der ist wieder zurückgerannt. Er hat mich zweimal angehittet. Dann hatte ich nur aus so einem ganz fitzen Leben. Und dann ist er wieder hingerannt und hat sich da hingehockt. Dann habe ich alles mit dem Bogen drauf geschossen. Ja, lass das nochmal ausprobieren. Jetzt stehen wir doch da. Ja, okay. Hast du geöffnet? Es lädt gerade. Der Oberbär. Boah, werdet alle warten auf Rettung? Warum kann ich das nicht laden? Hast du das falsche geladen? Oder hast du gespeichert beim Beenden? Nee, eigentlich nicht. Ich bin auf Hauptmenü und dann stand das Spiel beenden. Ja, nein. Habe ich ja gedrückt. Fuck. Leute, was ist das? Aufgeben und wiederbeleben. Dein Sterben wird automatisch gespeichert. Was ist das denn für ein Scheiß? Liegen jetzt meine Sachen wenigstens noch da? Wessere, ich komme. Ich versuche dich zu holen. Boah, warum? Das ist doch kacke. Boah, wenn jetzt alles weg ist, ne? Wir haben kein Holz, um irgendwas zu bauen. Das ist dann richtig bitter. Liegst du da noch? Mh, der lädt. Der hockt da einfach und döst. Ja, du bist da. Ich bin tot. Der rast da sofort auf mich zu, wenn ich dich jetzt hole. Kann ich mich anschleichen, ohne dass der mich sieht? Hinterm Stein. Vielleicht habe ich Glück. Ich sehe nix. Wessere, ich hab dich. Ja, ich merke es. Ich hab dich, Junge. Ich hab dich. Oh, Alter. Der hat mir einen Hit verpasst, ey. Der macht richtig Schaden. Okay, wenigstens hast du dein Kram noch. Ich hab nix mehr, ey. Echt nicht? Nee, gar nix. Alles weg. Alter. Boah. Boah, ich will diesen Bär aber schon gern töten, ey. Ja, ich hab... Hier, wir haben kein Holz, dass ich neue Waffen machen kann. Nix. Was ein Scheiß, ey. Hast du noch Holz? Nix. Ich hab keine Axt mehr, gar nix, ey. Nebenwarte ich, glaube ich, nach Holz. Hier habe ich schon mal einen Bogen. Komm mal hin. Hier sind noch fünf Planken, ne? In der Kiste. Gib mir mal bitte eine von deinen Flaschen. Hier, hinter dir. Okay. Kannst du dich auch voll machen? Was voll machen? Boah, wir haben kein Essen mehr, ey. Haben wir noch Obst? Okay, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Auf der Insel hat es doch genug Bäume, aber die kann man nicht fällen, die Bäume. Das ist das Problem. So, was mache ich jetzt? Ich kann einmal, kann ich Steinpfeile machen. Eigentlich bräuchte ich aber lieber eine... Ich brauche noch eine einzige Planke, ey. So eine Kacke. Ich baue hier das Schiff ab. Ich habe nichts zum Abbauen. So, jetzt habe ich zumindest schon mal einen Metallsperr. Ich muss aber eigentlich den Wels, muss ich brutzeln. Ich brauche hier Essen. So, der ist fertig. Boah, nicht so sein Mutter, Junge. Wesley, gib mal deine Axt kurz. Muss noch ein bisschen Boot abbauen. Das Floß ist bald auch passé. Ja, was willst du machen, ey? Okay, so, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche auf jeden Fall erstmal noch Pfeile. Ja, ihr solltet erstmal eine Weile auf See-Ressourcen fahren mit dem Netz. Ja, dann müssen wir aber weg von dieser Insel. Das ist ja scheiße. Ja, jetzt sind wir erstmal hier. Jetzt müssen wir hier erstmal fertig machen. So, 30 Pfeile. Das ist schon mal gut. So. Jetzt hätte ich gerne noch eine Axt. Scheiße. Also theoretisch kann man ja auch wiederkommen, oder nicht? Aber die Nahten haben wir ja, oder wie ist das? Da fragst du mich was. Oh, oh. Weißt du, deine Axt ist gerade kaputt gegangen. Ja. Okay. Wenn die schon so ranzig war, da kann ich da nichts für. Hier, ich habe dir eine neue gebaut. Liegt hinter dir. So, was brauche ich noch? Ich brauche einen neuen Bogen noch. Wetterpflanzen. Ich bau gerade unsere komplette zweite Etage ab hier. Nein, ich habe die Leiter. Verdammt. Verdammt. Okay. So, was brauchen wir noch? Also, wir haben das, wir haben das. Wir haben Essen. Hm. Ja, es gibt sogar eine Abwehrmöglichkeit für den Hai, dass der das Boot nicht snackt. Man kann nämlich, ich glaube, so Metalldinger bauen. Das sind diese hier. Fundament aus, äh, Fundamentrüstung. Ist halt teuer. Und theoretisch kann das der Hai da nicht snacken. So, Wesley, von mir aus können wir jetzt los. Umso früher, umso besser. Ja. Wenn mein Internet auch dabei ist. Internet, bist du dabei? Ja, ich bin mir. Okay. So. Ob die helfen? Keine Ahnung. Weih nicht. Das war schon ein harter Verlust jetzt, ne? Ein fucking Bär. Wenn man stirbt, wird das Spiel gespeichert. Wer hat sich das denn eigentlich ausgedacht? Das war dann so ein richtiger Penner bestimmt. Doch klar, dass man vor sowas erstmal speichert. Wo man da Selbstmordkommando begeht. Wesley, wie sieht's aus? Nee. 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 Nicht gut. Ab. Aber sowas von. Der Internet kackt. Oh, Mr. Hai. Alter, das Boot, das geht richtig ab hier. So. So. Wegen Autosave by Dead gibt es einige Games, obwohl ihr es auch so habt. Ihr habt ja gestern mein Schiff und das ganze Equipment gelöst. Automatische Abwehrkanone. Wow. Wow, wow, wow. Wesley? Ja, ja, ja. Meinst du geht? Komm mal los. Komm, laufen kannst du doch, oder? Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich, ganz normal. Warte kurz. Guck mir da Palme beim Wachsen zu. Plötzlich ist das Auto aus. Hä? Hä? Jetzt wär's nicht raus. Jetzt hat er Verbindung verloren. Oh, Mann. Oh, Mann. So ein Scheiß. Ah, wir können nix machen, weil wir nix haben. Ich habe auch keine Bäume gesehen, die man da fällen könnte. Da war der Wesley weg. Schalala. Wir brauchen unbedingt Planken, ne? So viele Planken. Ja, Wahnsinn. Bye, bye Wesley. Ach, ja. Voll zerklüftet das Boot hier. Ach, hier war gar keine Treppe. Ey, warum dachte ich denn, ich hätte die Treppe? Doch, da war noch eine Treppe, oder? Keine Ahnung. Aha. Im 21. Jahrhundert ist das schon wirklich schwer. Ja, gestern hatte ich keine Verbindung. Telefon. TV. Blackout. Mega nervt. Das ist traurig. Es ist sehr traurig, dass das hier bei uns funktioniert. Dass man da überhaupt mal kein Netz hat, oder so. Aber was willst du machen? Was willst du machen, Freunde? Ich würde sagen, ich beende die Folge. Ich weiß nicht, wann der Wesley wiederkommt. Ich will jetzt auch nicht allein da hochlaufen, weil das wäre schon ein bisschen doof. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge direkt zu Anfang. Und dann gucken wir, was da so auf uns wartet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. poi dann gleich durch Untertitelung des ZDF, 2020